Einmal sind mir Papa Pi hören gegangen und dann habe ich gehört, dass Papa Pi vom Ego sagt, der nur für sich schaut. Und ich, 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 das ist eine alte Welt und nicht schön, aber wir können auch schauen, dass es allen gut geht. Immer für dich, für dich. Und das ist ganz, ganz, ganz schön. Und die neue Welt. Manchmal bin ich auch ein bisschen Ego und Schiff über alle. Das ist nicht so schön. Und der alte Joshua. Aber immer will ich für den anderen schauen, dass es ihnen gut geht und sie zum Beispiel schöne Spielsachen haben. Und dann ist das immer ganz, ganz schön. Und der neue Joshua. Darum hat Mama etwas mit uns gemalt. Das möchte nur die Tier erzählen. Mama hat ein Bild gedruckt mit einem Mönschlein drauf, das ein ganz böses, unzufriedenes Gesichtlein hatte. Und ein Bild mit einem Mönschlein, mit einem Lieben. Schön und fröhliche Gesichtlein. Wir haben es dann ausgemalt und dann beim Komischen hingeschrieben, wie wir sind, wenn das Alte nicht Schöne da ist. Zum Beispiel der Ego. Dann haben wir auch das schöne Bild ausgemalt und alles hingeschrieben, wie es ist, wenn wir neu und schön sind. Zum Beispiel, wenn wir gut für einander schauen. Jetzt erzählte Joshua, wieso wir das gemacht haben. Das Bild zeigt immer, wie der liebe, schöne, neue Joshua und Arnold ist. Immer wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel, dann kann ich einfach das Bild anschauen und merken. Ah, ich bin durch der liebe, neue Joshua und nicht der komische Alte. Dieses Bild zeigt es mir immer. Dann werde ich das neue, schöne sein und immer das anschauen. Und dann wird es auch so. Das wollen wir dir erzählen. Weil auch du mit uns zusammen neu und schön sein kannst, wenn du dich immer wieder daran erinnerst und das Neue und Schöne anschaust. Tschüss! 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 Tschüss!